Hallo, wir machen heute noch ein schönes Video. Wir machen noch einmal Strigman. Aber ich habe noch kein Aufnahmeprogramm, deshalb mache ich es mit meiner Kamera. Also erstmal brauche ich ein Aufnahmeprogramm, damit es funktioniert. Ich hoffe, dass das Spiel jetzt ein bisschen besser spielen kann. Aber wenn nicht, dann ist es schon wieder ein Fail, leider. Wobei Fails auch etwas sind, weil einen Fail zu machen kann auch nicht jeder. Das ist auch schon Spitzentalent. Hallo, da will ich was sagen. Ich möchte mich sagen. Ich hoffe, dass wir uns gut dafür Biał ans sushi rehearsale sehen, wie es sich intuitiviert hat.